Musik Prozent 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 auf den Weg auf dem Markt er mit glatt ist das überfeilt in die Staatsbank gleich auf dem Markt wo sich das Wort wenn man aber dann 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 der Leiter was geht es sich bekommen zurück zu Tanoa live, mit live und mit Kobi. Live, live, live. Oh, die kommt zu einem raus, die kommt zu einem raus. Nur mehrere. Los, schnell, schnell, schnell. Äh, die Staatsbank. Achso, die haben nur umgeparkt. Schade. Lass mal hier unten ganz zufälligerweise parken. Ja, neben. Oh, die haben einen geparkt. Ah! Die fahren den weg. Ich tue das, wenn ich blöder Fahrer bin, oh. Das mache ich gerade auch schon. Crash die mal, crash die mal. Live! Hinterher, hinterher! Dann können wir sie aber fallen, schnell, schnell, schnell. Ja, die sind eh besser als die wir kennen. Hinterher, los, fahr! Bin dabei! Schneller! Mal fahren jetzt langsam. Habt ihr mal einen Kuh? Oh mein Gott, es gibt ja Gas, es gibt ja Gas. Es gibt ja Gas. Es ist ja... Es ist ja, es will das Metall, gehst du. Gibt's selbst Gas? Jetzt gleich krieg' ne Anzeige für den schnellen Fahren. Wollen wir Straßenrennen machen? Wollen wir Straßenrennen machen? Wann, 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 wann. Okay, auf drei, auf drei, auf drei, eins. Warte, 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 warte. Straßerennen! Wuh! Rest die mal. Oh, oh, oh! Danke. Oh, äh. Ähm, rückwärtsgang? Äh, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, rückwärtsgang. Ja, los. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Folgen sie uns weiter? Lass mal rückwärtsgang der fahren und sagen, wir fahren, dass wir falsch kommen. Ey, der Typ mit dem Quilin! Ich... Ja, ich komme! Wir sind bereit nicht so schnell wie die. Ich mach grad ein rückwärtsrennen mit dem Typ mit dem Quilin. Jetzt folgt er mich. Oh mein Gott. Wir waren in der Zerena. War weg. Ach so! Gib mal Schüssel, sonst kann ich meine Waffe nicht rausholen. Daudi! Er rammt den Quilin! Er hat den Quilin gerammt! Ja, die sind kaputt. Die sind kaputt. Kann ich mal sitzen? Ja, glaub ich schon. Nein, die sind nicht kaputt. Hä? Komm. Oh, ich hätte gerufen werden sollen. Ja! Ja! Ja, wir fahren jetzt mit dem Auto rum. Ach, sehr gut. Schleck aus, schleck aus. Oh, schleck aus. Oh, schleck aus. Ja, du bist aber, warum müssen wir das denn? Ja, sie schütteln dann mit Leuten ein. Lächelt da. Wir fahren bitte weiter, los! Zack, Zack! Wie jetzt? Ich bin... Dokumentator. Ich... Drehe Dokus. Ja, okay, gut. Dann wünsche ich noch eine gute Weiterfahrt auf Wiedersehen. Digger! Was? Haben sie sich festgenommen? Der ist doch wohl ein bisschen zu schnell unterwegs, oder nicht? Es geht weiter. Wir haben uns versteckt. Wo seid ihr? Was macht ihr denn da vorne? Die Kopf sind in der anderen Richtung. Ja, live ist einfach abgehauen jetzt. Oh, live! Ich hole mit. Ich hole mit. Ich hole mit. Ich hole mit. Bam, 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 bam. Das sind nicht. Wir sind mit der Polizei und ich verwege. Bang. Boah, live, na? Die haben wir jetzt die Cops verkackt. Oh, Polizei. Oh! Fahr, fahr, fahr! Steig ein, steig ein! Ich? Ja! Ah, mein eigenes Auto hier. Ja, dann fahr halt mit deinem eigenen Auto, aber da geht wahrscheinlich die Party. Wo denn? Da diese krasse Sirene. Krasse Sirene. Verschlüssel. Höchst du Gott. Wat? Nö. Mö. Häh? Wie, während wo denn? Truck. Einfach zu uns. Aus, Ausfahrt. Ausgang. Oh, da können wir überfallen. Haha. Da ist ein Twork. Schnell Schlüssel. Wo seid ihr hin? Ich glaube, die sind schon richtig gepisst von uns. Hallo, lass mich raus. Du hast doch den Schlüssel. Ich glaube, hier wurde irgendwer getaste. Ich filme mal. A-Team. Irgendwas. Ähm, wo? Anscheinend ist der ja geflüchtet. Der hat bestimmt laufen. Ähm, wer wurde jetzt getasert? Schon wieder der gleiche. Schon wieder der gleiche. Im Haus. Im Haus ist das. Hallo, wir sind das Kamerateam. Wir sind das Kamerateam. Alles gut. Alles wird gut. Komm mir gerne rein. Solange du wild bist. Wir teilen jetzt hier mit deinem Platz verwalten. Das Kamerateam weg jetzt. Das war mein Haus. Das ist mein Haus, ne? Hallo. Polizei, geh mal raus. Polizeigewalt. Ich hab den Typen, das Handy abgedeckt. Jetzt kann er eben keinen Kops mehr am Raufen. Wenn man hingehen die Kops kannst du auch nauffällig überfallen. Ah, unauffällig. Vorsicht! Langsam mal! Langsam mal! Halt! Anhalten! Stehen, bleiben! Klappt. Glaub ich auf Zweck. Schrei mal Überfall. Ich hab mal ne Frage. Wie heißen? Hallo? Das ist aber schon wieder rassistisch hier. Sie nehmen den Schwarzen natürlich sofort fest. Also, das finde ich jetzt nicht okay. Hallo? Hallo? Ich hätte mal ne Frage an Sie. Hallo? Haben wir überhaupt was getan? Was getan? Warum ist er eigentlich so alt? Bis denn wir am ganzen Sporttest absolvieren? Leip, leip, leip! Leip, einsteigen. Gubbie, einsteigen! Ich schau mal, ob es wieder die Pass Windows Uno hat. Ne. Fack, musst du dich rein oder was? ? Chuchºode Also die Karten sind schon geil ne! J, ja die leuchten und- Sauerstnal with Maku? ziehe Neiiiin, niemals Aber das dasselbe ist ich glaub die haben den verfolgt, wegen zu schnell fahren Ach aber uns nicht! Ne, wir fahren ja nicht zu schnell Wir sind Rennfahrer, wir treffen das. Hey, wohnen, wo ich langfahren muss, oder? Ich werde angestupst. Bestimmt von irgendjemandem, wo ich hier nichts. Ja, das Spiel ist auch gerade egal. Ich habe kaum, wo ich langfahren muss. Alter, ich fahre hier mit 20 FPS. Ich war schlimm gerade in der Stadt, ne? Ja. Ich glaube, du hättest hier links gemusst. Ne, hättest du nicht, alles gut. Ich bin richtig, ich sehe es bei Salko. Ich habe die sogar noch eingeholt. Das kam gerade hin und folgt auf Schritt und Tritt. Ach, ich habe seinen Ende jetzt im Endeffekt. Äh, Leute. Wir sollen das Verlände verlassen. Okay, wir verlassen das Gelände, ja? Wir stellen uns hier unten hin. Ja, und machen wieder Headstarts. Ey, Kobi, Vorsicht. Ich glaube, da fehlen der von uns. Alter, es hat sich schon auf. Mal, Katibe, oder? Ja. Ich verdrehe ihn mal so. Weg, bitte. Ja, ich glaube, der. Hier wurde mein Kastkollegen mal zu geben. Na, 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 na. Hallo? 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 Was soll das? Was soll das? Ich... Ich möchte mit Ihnen normal reden, wie ein normaler... Äh, was ist jetzt? Sie sind echt... Asozial... Das ist eine Feststellung, es war keine Beleidigung. Also echt, das sind inkompetente Cops, das sehen Sie heute in einer Live-Show. Was habe ich denn gemacht? Nein. Nein! Ich weiß es nicht. Nein! Nein! Ey, lass... Sag mal, du. Lass es mal... Äh... Na, ich meinst, ich hör das... Ich hör das... Ich bin... Ich betreff das Gelände nicht, guck. Mal gut, dass ich so ein tolles Kameraobjektiv habe. So kriegen wir alles aus dem... Ich hab meine Frage an Sie. Ich hab nur ne Frage, ich hab nur ne Frage. Ich möchte mit Ihnen normal reden. Sie sind diese Polizeigewalt. Knall die weg. Schieß die ab, bitte. Ich möchte mit Ihnen normal reden, wie ein normaler Mensch. Ey, schieß die mal bitte ab. Äh, das ist nur der Kameramann. Das ist der Kameramann von der Live-Show. Okay, ich verlasse Ihr Grundstück. Okay, ich verlasse Ihr Grundstück. So. Ich brauche kein Kameramann. Alle, jetzt klang die weg. Falsche Richtung, mit falsche Richtung. Die wollen mich in den Knast stecken, gell? Warum wollen die dich in den Knast stecken? Weiß ich nicht, weil ich ACB gerufen habe. Wir sind außerhalb des Geländes. Nee, weil ich Ihr Gelände betreten habe. Nein, das ist nicht. Das ist immer noch die Gelände der Polizei. Ey, das stimmt gar nicht. Oder nimmt die fest. Sie können Sie lügen. Es geht nicht, wenn die Waffen noch zu haben. Und runter zur Straße gehen. Polizeigewalt, das werde ich anzeigen. Ich gehe zu den Vorgesetzten. Ja, genau. Ich gehe. Knall die weg jetzt. Mach irgendwas. Es knallt die auf. Ja, das schaffst du locker. Du musst nicht. Es sind mehr als zwei. Nee, jetzt knall die weg. Ja, es haben aber nur zwei Waffen. Da unten ist noch eine. Komm, jetzt knall die ab. Lassen Sie meine Freunde frei. Dann ist alles gut. Ich werde sie nicht anzeigen, während Vorgesetzten wegen inkompetenten behalten. Behalten verhalten, meine ich natürlich. Wir haben nichts gemacht. Sie warten, Herr Sack. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Sie warten, wir können weg. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Ich war nicht mal auf Ihrem Grundstück. Gehört nicht mal Ihnen. Können Sie mal den Motorhaus machen? Man versteht hier nichts. Nee, wir sind nur Journalisten. Journalistenfreiheit. Guck mal. Das ist jetzt gerade wieder Tatei her, ne? Die nehmen einfach Journalisten fest. Das finde ich nicht okay. Dankeschön. Erstmal nehme ich den Herrn mit dem Helm. Ey, ich habe auch einen Helm auf. Wir sind Journalisten an der Grenze. An der Grenze zu überall. Zum Himmel, zu Kampfgebieten. Wir sind Journalisten überall. Wir sind nämlich Journalisten. Das schmiert mich kurz. Und Journalisten sind überall tätig. Journalisten sagen die Wahrheit. Ich sage, die kriegen sehr viel Stress, wenn sie das nicht machen, weil das geht nicht. Das werde ich Gott sagen. Ich werde vom heiligen Richt, wenn ich sterbe, schreiten und sagen, wissen Sie, die Officers sind böse. Buddy wurde aus dem Officers sind böse, werde ich den Gott sagen. Ich werde Gott sagen, die Officers sind böse. Sie kommen nicht in den Himmel. Verspreche ich Ihnen. Sie sehen aus. Sie kommen in die Hölle, das weiß ich. Ach, sie gehen dem Buddhismus nach. Aber sie wissen schon, dass der Buddhismus nur Buddha hat als Gott. Ne? Ne? Also, Buddha bei die Fische. Also, ich kann Ihnen gerne ein Stück Buddha vorbeibringen, das Lärfchen gegen die Haustür. Ähm, aber, also, mehrere Götter hat den Buddhismus jetzt nicht, also, da sind Sie das falsch informiert. Ich weiß nicht, wer es ja jetzt über... Ich habe dir unterricht nicht aufgepasst. Ich glaube, die haben sogar mehrere Götter. Ich weiß es nicht. Ey, mir wird langweilig. Machen wir, weil wir es hier... Bäh. Allah. Hallo. Ja. Sie sind nackt, oder? Ne, ich habe nur auf anderen Sprachgott gesagt. Ey, jetzt nehmen Sie mal Ihre Mütze an. Ich sehe sie gar nicht. Das ist schlimm. Ich sehe Ihre Augen gar nicht. Sie gucken jetzt nur nach unten. Als wenn Sie schwul wären. Echt. Ich sehe sie immer noch in Ihren Augen nicht. Doch, hier sehe ich Ihre Augen. Ne, sie sind einfach nur so klein. Ihr kennt die, das ist so ein Feminismus als Zwergenwuchs. Zwergenwuchs, das ist jetzt... Ne, sind immer noch klein. Das ist jetzt dein Name. Ja, äh, der Datenbank nach... Ah, das Datenbank... Kurs... Kurs... Die Hände, aber die Hände, das mal ruhig ist. Dann warte, Kurs... 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 Vorwort anzeigen. Dann zieh ich jetzt keine Halt durch. Kommen sie mir nicht zu nah. Sehen Sie diese rote Linie hier? Die geht einmal komplett vor eurem Haku, dann dürfen wir nicht mehr rein. Mein Niveau, dein Niveau, Abstand. Ja, ich krieg habe mit der Leitfelle. Gut Geduld. Ja, nämlich ich habe mehr Geld als sie. Ich könnte das ganze Haku hier kaufen. Ah, sie nicht, weil sie sind nur ein armer, kleiner Beamter und wissen sie... Was machen Sie hier auf dem Gelände? Wir haben geliebt. Ich bin auf dem Gelände. Okay, ich gehe noch rein. Das ist, 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 das ist. Das ist, 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 das ist. Microwphone activated. ... Also ich glaube, ich glaube, das sind Hexe, ne? Nee, ich mache gar nicht, ich sage nur dem Präsident Bescheid. Nee. Hallo, ist hier jemand, der sich um mich kümmern möchte? Ich bin Journalist, ich zeige dir nur noch die Aufnahmen bei dem Präsidenten und dann wird er schon selbst entscheiden können. Also, ich... Also, glauben Sie mir, ich werde jetzt vor Gott gehen. Ich werde jetzt zu Gott hochschreiten, weil ich heiße nicht Jesus. Und ich werde, ich werde meinen Vater sagen, dass er mir das falsch getan hat. Bis. Ich so, ich werde zu Gott gehen und ihm sagen, dass er es falsch gemacht hat. Er so, okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Flug. Ja, mein Kollege darf langsam Handlenken, ja. Die ist einfach ein bisschen locker. Jan? Der Herr, ähm... Yo, was geht, Leute? Könnt ihr mich jetzt auch mal hier irgendwie behandeln oder wie auch immer, was ihr mit mir machen wollt? Ich habe nämlich nichts gemacht. Ja, oder? Ja, oder? Dann machen Sie kurz den, der Herr... Sie wissen, was der Herr gemacht hat, oder? Ich habe gar nichts gemacht. Der Herr hat... Seien Sie bitte leise. Der Herr hat... Ey! Ich habe gesagt, er soll... Seien Sie leise. Dann kriegen Sie ein Ticket wegen... Nicht leise sein. Okay. Komm her. Nein. Wegen Widerstand gegen die Stabgewalt. Ey, ich habe aber gar nicht Widerstand. Ja. Na toll. Was denn? Mach irgendwas. Fahr mit deinem Auto aufs Polizeihobquartier... Und... Und... Keine Ahnung. Wenn wir das Geld erschattest, hören? Was denn? Was ich damit verliere? Ja, wenn ich umgebracht werde. Schöcker das mal kurz nach raus, ich habe was vor. Ja, bei mir steht sowieso niemand. Hobi, was machen die mit dir? Ich bin jetzt einmal genau vor, weil wir... Äh... ... selber... ... selber... 136k! 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 Wahrscheinlich raub ich das ganze Zeit nicht her, oder was? Wenn ich versuche, mich da rauszukriegen, okay? Ja. Also hier steht ein Kopp, aber der ist schon die ganze Zeit AFK. Ja. Sag dir mal, er soll dich freilassen, oder Gottes Schlag wird ihn zerstören. Gottes Schlag... Nein! Du... Ich dachte, du fährst jetzt dein Auto die Klippe runter. Nein, viel besser. Ich stehe mit meinem Weifel. Der Kopf da, der hat keine Waffe, ne? Hey! Sie! Sie vor mir! Ja, genau Sie! Lassen Sie mich mal bitte frei! Hier oben am Lauf... Sind Sie stumm? Können Sie... Lassen Sie mich mal bitte frei! Klar können Sie! Ey! Warum... Das ist doch ne dumme Idee. Hey! Komm mit, komm mit, komm mit! Live hole ich sofort hier raus. Warum? Was wollen die... Du musst 100.000 zahlen. Eigentlich 200... Dieser Typ im Ghillie hat mich einfach woanders hingestellt. Du musst eigentlich 200.000 zahlen. Johan, wenn die weggehen, dann kann ich dich theoretisch rausholen. Dann kann ich dich theoretisch recht tragen. Weil ich hole mich... Bei mir ist grad keiner. Der will's nicht, wie soll ich zu dir kommen? Über die Steine, wo der eine grad, äh, das Auto fallen lassen hat. Ich bin dabei, aber es ist echt schwer. Ich fang einfach runter. Mach, 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 mach! Mach, mach, mach! Schnell, schnell, schnell! Ich hab ja nix gemacht. Ich will keine 100.000 zahlen. Ich bin dabei, ich will so runterkommen. Also nicht so... So zierste Besteck oder was... Junge! Oh. Räuf mich jetzt. Wenn du aufhörst, wird dann Metall geglaut. Oh mein, da kommt jemand, da kommt jemand. Nein, 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 der ist gut. Die stehen alle drin, die stehen alle drin. Lauf, 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 lauf... Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Lauf, 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 lauf! Sie~~, komm! Sieóst !! Oh mein Gott, nein! Nein, sie kommen nicht, sie kommen nicht, alle sind da, alle sind da, alles gut! Lauf! Lauf, sie haben es nicht gemerkt! Pass auf! Einer ist jetzt hingerannt! Frau, versteckt mich irgendwie! Lauf zu meinem Markt! Ich stell dich jetzt ins Haus rein! Ich stell dich ins Haus rein und komm mein Dietricher! Ja genau! Und Dietricher, dann mach mich frei und dann und wir Julian raus! Julian! Ja, warte, hier kommt noch einer zu mir! Du sagst, wenn wir so weit sind, dann sagst du, wenn sie mich nicht freilassen, knallen sie meine Kollegen ab, okay? Kann ich nicht loslassen, Shit! Dann trifft sie Gottes Schlag! Genau! Ich kann dich nicht loslassen! Aufm Boden oder so? Nee! Kann ich nicht mit Windows-Tasse anvisieren! Ach, es geht in dem Haus nicht, Shit, da war ja was! Geh, direkt zum Markt! Also, ich glaub, hier sind sogar noch alle! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Wo ist denn der Markt? Einfach geradeaus weiter! Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Macht's gut, haut rein! Ciao! und das sind dann noch um das